So, letzter Zermalma, dann haben wir 45 Trolle. Was ist? Was? Wie? Die alle ordentlich zuhauen können. Also unter deren Hämmer möchte ich nicht kommen. Von mir aus. Was ich halt nicht weiß, ist, wie es mit der Feuerimmunität war. Weil Trolle sind eigentlich Steinwesen. Und Stein sollte hier eigentlich nicht so gut brennen. Also ich meine wirklich Stein, nicht Erde. Sicher ist sicher. Was ist? Was ist? Ja. Wo ist meine Kugel? Achso, ja, sie dem Feuer schaden. Was, wie? Wo kommen die her? Auf mein Kommando. Die sollen weggehen. Der Schadener Troll ist trivial, wenn man es sich ansieht. Wo ist meine Kugel? Darf ich töten? Ja, vorwärts. Folgt mir. Sofort. Troll gilt halt einfach draufhauen, bis es tot ist. Mir nach. Ich bin bereit, und los. Ich bin gerade neugierig, was hier oben ist. Sofort. Zur Ehre Aonius. Wo kommen die her? Die sollen weggehen. Beleid. Folgt mir. Vorwärts. Die Rune befehlt? Alles klar. Die Rune ruft? Die Rune ruft? Ja. Sofort. Jehobe ist einfach nur der Sklave des Feuers. Mir nach. Vorwärts. Was wollen die? Sofort. Wir sollten aber unten rumgehen und auch die Feuerlinge uns so abfangen. Soweit ich nämlich weiß, gibt's eh keine Spawner in diesem... Also, Gebäude in dieser Schlucht, die ich zerstören könnte, um die Spawner wegzumachen. Die Spawner sind einfach da und sie bleiben da. Hier. Sofort. Schnell. Oh, es ist doch irgendwie ein Feuer-Terror. Auf mein Kommando. Schließ die Reihen. Oder war das der Feuermeister? Auf meinen Befehl. Wo kommen die her? Was ist passiert? Okay. Gehst du verstanden? Verstanden? Bereit. Sofort. Die sollen weggehen. In die Schlacht. Zur Ehre Aonius. Wo kommen die her? Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Sie sollen weggehen. Da ist ein Feuer-Terror. Da ist ein Feuer-Terror. Okay. Der da. Der castet. Vorwärts. Vorwärts. Sofort. Was wollen die? Verschwindet! Auf meine Empfehle. Ist aber egal. Mit den Trollen, die wir haben, kommen wir trotzdem durch. Sofort. Zum Angriff. Wir sind ja schon in der Mitte. Vorwärts. Auf mein Zeichen. Es ist auch nicht so einfach, Trollen zu heilen. Sofort. Schnell. Wo ist meine Keule? Wo ist meine Keule? Was ist passiert? Ja, folgt mir. Ja, wir sind schon fast durch. Schnell. Mir nach. Folgt mir. Sofort. Verschwindet. Für den Orden. Wo ist meine Keule? Wo kommen die her? Was wollen die? Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Wo ist meine Keule? Geht's los? Wo kommen die her? Auf mein Zeichen. Schließt sie zurück. Für den Orden. Was wollen die? Ja, da kommt ein Basilisk angekrochen. Auf mein Kommando. Und los. Oh, Basiliskenhaut. Und los. Für die Freiheit. Für die Freiheit. Spucker, der aus dem Weg ist. Auf meinen Befehl. Was wollen die? Folgt mir. So, jetzt können wir ja mal aus Spaß hier. Was wollen die? Die niederen Dämonen verprügeln. Schauen, ob der Weg frei ist. Der ist frei. Wo kommen die her? Die sollen weggehen. Was ist? Verstanden. So. Verschwindet. Wir sind ja dem Feuerterror vorbei. Was wollen die? Können wir ja die beiden Feuerspucken und den Roten Tod hier verprügeln. Auf meinen Befehl. Wo ist meine Keule? Und los. Was denn? Die sollen weggehen. Auf meinen Befehl. Was wollen die? Okay, prügelt hauptsächlich mal auf den Roten Tod ein. Verschwindet. Aber ihr seht, der Rote Tod, der macht die ganze Zeit eine Dauer-Aurie. Was ist passiert? Geht's los? Was? Wie? Wo kommen die her? Auf meinen Armando. Wir wollen weggehen. Tja, und da ist noch ein roter Tod. Auf meinen Befehl. Schnell. Was ist passiert? Und die machen's halt uns unmöglich, ähm, hier irgendwas aufzuräumen. Oh, es ist klar, wenn wir denn des Feuers da hinten, die noch was zu blündern haben. Habe ich wohl durch den... Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! Und verzüglich! Meteoritenschauer gar nicht gesehen. Oder ich kann sie nicht plündern, weil der Feuer-Terror da oben rumsteht. Werden wir ja gleich sehen. Alles andere müsste gecleared sein. Oder der rote Tod, der respawned instant. Stehe bereit. Verstanden. Verstanden. Wird sofort ausgeführt. Wird sofort ausgeführt. Wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Verstanden. Ja, der zaubert jetzt einen Meteoritenschauer mal wieder, oder? Ja. Wird sofort ausgeführt. Gut. Ihr habt mich gerettet, Runenkrieger. Verzeiht meine hochmütigen Worte. Ihr seid also auf der Suche nach meinem Splitter? Ja, das bin ich. Ich trenne mich nur ungern von ihm. Doch er ist ein geringer Preis für mein Leben. Nehmt ihn. Er gehört euch. Viel Glück damit, wofür immer ihr ihn auch braucht. Lebt wohl. So. Wir haben den letzten Splitter erhalten. Hm? Bis zum nächsten Mal.